Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir für 150 Euro Winterklamatten einkaufen. Es ist Winter. Winterzeit. Auf jeden Fall kommt mit. Jetzt gehen wir zu Peak Glockenburg. Mal gucken, ob wir etwas finden. Es regnet. Der ist schön aber. Wenn man das dann so anfasst, dann denkt man so, ha! Der ist schön. Glatte, glatte. Der ist mir zu klein. Das sind schon andere Sachen. Schade. 2 Millionen Jahre im Glocken merke ich, dass es ein T-Shirt ist. Ich würde sogar lieber die nehmen. Ich weiß nicht, ob du hast. Da musst du eine größere Größe nehmen. Bei normalen Designern kannst du eine kleinere Größe nehmen. Wenn ihr jetzt vergleicht, wäre bei dieser Marke 164. Ein bisschen groß, ne? Oder passt das schon rein? Nee, der gefällt mir nicht. Der sieht aus wie ein Waschler, finde ich. Findest du? Bisschen. Ich muss mich korrigieren. Der sieht super aus. Mama, gib mir mal bitte das letzte Stück. Also, ähm, Mama, ich glaube, das ist was Falsches. Flauschig ist es aber. Ich habe hier noch was für dich. Also noch schlimmer geht es ja wohl nicht. Also, Mama. Oh, süß. Ich wollte schon immer ein Mädchen haben. Nein, wolltest du nicht. Also, hier muss ich definitiv wieder raus. Das steht mir schon viel besser. Also, ich finde die Hose ganz schön und auch schön weich und gefüttert. Ab zum nächsten. Die Hose ist zwar nicht gewittert, aber dafür ist sie schön. Weiß ich nicht, aber sie ist schön. Die gefällt mir. Sie gefällt mir super, außer dass sie hier so komische Flecken hat. Das ist alles okay. Ich fasse auch unsere eigene. Schreibt mal in die Kommentare, welche Hose ihr am besten findet. Wie ich gerade gesehen habe, haben wir noch ein Teil. Also, der Pulli ist schön weich und bequem. I like it. It's very soft. Ich mag den Pulli. Das ist meiner. Jetzt. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. So, jetzt haben wir schöne Sachen bei PC gekauft. Jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter zu H&M. So, jetzt sind wir bei H&M und mal gucken, was wir hier so schön finden. Was steht da drauf? Wake me for the weekend. Voll cool. Das ist ehrlich cool. Es ist halt grün, ne? Blöd, aber ansonsten ist es cool. Ich zieh den zur Schule an, so egal. Ja, das ist meiner. Jetzt habe ich mir gedacht, dass es genau dein Fall ist. Das war's wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Like da. Wenn ihr noch auf diesem Kanal seid, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Teil am Freitag oder an einem anderen Tag. Tschüss.